Hallo, ich bin's wieder, hier heute beim Großen Römer Festival. Es ist jede Menge los hier, viele Zelte, laute Ligonäre und ein Riesenprogramm. Und ich will mir heute nichts entgehen lassen und muss mir jetzt alles anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind gerade im Haus des Luzius und es ist echt ziemlich belebt heute. Was tut ihr da? Also wir sind die Gentes der Nubi. Wir beleben das Haus einfach, um hier auch neben dem Schwerpunkt Militär, der wirklich sehr schwerpunktmäßig ist, auch ein bisschen Zivildarstellung zu zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt im Amphitheater bei den Gladiatoren und es wird gekämpft. Wir sind jetzt im Amphitheater bei den Gladiatoren und es wird gekämpft. Ich begrüße den Lannister der Gladiatoren. Kurze Frage, das hat echt alles für echt gewirkt. Wie beratet ihr euch darauf vor? Das war echt. Das waren keine abgesprochenen Kämpfe. Wir trainieren mit Holzwaffen, so wie es auch in der Antike war. Also die Gladiatoren haben eben mit Holzwaffen gekämpft, trainiert. Und auch die Vorspiele am Vormittag, die Prelusio waren mit Holzwaffen. Und erst am Nachmittag wurden dann die scharfen Waffen ausgegeben und eben mit scharfen Waffen gekämpft. Und wie gesagt, die Kämpfe sind nicht abgesprochen. Es sind freischwingende Kämpfe und jeder versucht sein Bestes zu geben. Es war ein super spannender Tag mit viel Programm. Wer es heute verpasst hat, hat noch immer kommendes Wochenende die Möglichkeit dabei zu sein. Ich bin auf jeden Fall froh, alles heute erlebt zu haben. Und mein nächstes Video kommt bestimmt. Bye, bye.